Moin, mein Name ist André Höner. Ich mache eine Zeitraffaufnahme. Ich bin hier mitten in der Hafen City am Sonntor Park. Im Hintergrund seht ihr dieses bekannte Gebäude. Bewegung am Himmel, ganz zarte Schleierwolken. Die ziehen relativ schnell, vier, fünf Sekunden. Vielleicht soll er ein bisschen nett aussehen. Ich baue mal auf. Ich habe hier schon mal angefangen aufzubauen. So ist das halt ziemlich kacke. Ich habe jetzt hier das Motiv schon mal eingefangen. Ich muss noch einen Filter aufbauen. Na ja, mal sehen. Das gibt doch jetzt wohl hoffentlich keinen Regen. Ich könnte brechen, ehrlich. Ich könnte echt, das kann nicht wahr sein. Hier war gerade noch blauer Himmel. Hier zogen gerade noch die Wolken ganz sütschelang. Ja, was nun? Ich könnte echt brechen, das gibt es gar nicht. Na ja, ich baue mal weiter auf. Es regnet, ich brech wirklich zum Mäuse melden. Tja, vielleicht kommt die Sonne gleich wieder raus. Mal sehen. Es regnet, ich brech ab. Echt zum Kotzen. Das lohnt nicht. Also Abbruch. Sob. Und auf Einschnecht. Und auf Einschnecht. Dann mit einem Aufwähen.